Vatertag. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Alles Gute für euch zum Vatertag. Vatertag oder wie wir sagen, Männertag. Der Tag, an dem sich alles um uns dreht, um uns Männer. Da können wir uns mal so richtig schön feiern lassen. So richtig wir selbst sein, ein Mann sein, entweder hoch die Tassen oder im Kreise der Freunde, Familien, einfach ein bisschen feiern, Spaß haben und abchillen oder aber auch allein sein. Das ist gut möglich. Morgen bist du der Chef, der Kompanieführer, der Präsident, um den sich wirklich alles dreht. Wahrheit oder Illusion, wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Präsident. Wenn du aber am 31. Mai früh aufstehst, hast vielleicht einen Kater am Kopf, wird diese schöne Illusion vielleicht zerplatzen, wie eine Seifenblase. Du wirst es hören, wie es dann hinten schallt. Hey, steh auf! Wer saufen kann, kann auch arbeiten gehen. Oder bring die Kinder in die Schule. Das ist die Illusion. Jetzt, mein lieber Mann, bist du wieder schütze Arsch im letzten Glied? Halt ein Mann! Und genau deswegen feiern wir Männertag. Also Männer, lasst euch feiern. Ein Hoch auf uns, euer Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel.